Herzlich Willkommen liebe Opernbesucher, mein Name ist Sabine Stachel. Wir befinden uns heute im Steinbruch St. Margareten, wo bereits die Vorbereitungen laufen für unsere diesjährige Oper Nabucco. Die Bühnenarbeiten haben bereits gestartet und wir sind hier auf der Opernlounge, wo auch schon die Vorbereitungen starten, damit auch Sie hier einen wunderschönen Sommerabend in Verbindung mit einem Opernbesuch verbringen können und das möchte ich Ihnen heute alles zeigen und ein bisschen einführen, was wir hier alles so machen. Behind the scenes laufen natürlich schon die Arbeiten auf Hochtouren. Sie haben vielleicht schon gesehen unser Video, die Gestaltung des Menüs, die Verkostung des Menüs. Wir sind gerade in Ausarbeitung einer wunderschönen Menükarte. Dazu passend gibt es auch heuer wieder einen Wein, den Nabucco Wein, einen Weißwein, einen Rotwein in Zusammenarbeitung mit dem Weingut Esterhazy. Auch hier läuft alles auf Hochtouren. Die Befüllung genauso wie die Etikettierung, alles schon für den Sommer in Vorbereitung. Die Wippbändchen werden bestellt, die Sie dann auch abends bekommen, bis Sie dann hier auf eine noch leere, aber natürlich abends eine volle, erleuchtete Opernlonge kommen und in vollen Zügen den Opernabend auch mit einer Kulinarik verbinden können. That classical'viamente Montage ist eine Performer der eigene Hierzu. o Untertitelung des ZDF, 2020